einen wunderschönen guten morgen aus den vereinigten staaten wir sind auf der neuen nc-strecke unterwegs zwischen providence und boston und fahren den amtrak north east regional 66 von besagten stationen von besagter station nach besagter station also providence nach boston man jetzt auch einfacher formulieren können das ist unser zug alles andere gleich gucken wir erstmal dass wir den zug aufgerüstet bekommen erst mal die türen links frei hat das schon geklappt anscheinend richtungswender aber jetzt können wir schon machen ja bremsmodus auf passagierzug spitzenbeleuchtung machen wir an waren lichter auf an ach so mittlerweile übrigens ein update rausgekommen so dass hier wieder alles auf deutsch ist so die zukunft steller brauchen wir erstmal nicht schneebremse scheibenwischer da 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 vorstellungs ausgewählt das brauchen wir nicht stromabnehmer müsste schon oben sein hier steht wir haben die 25 kv also hoch ich wollte ja nicht aufstehen jawohl der ist oben hauptschalter ist geschlossen lokführerpult beleuchtung was haben wir noch ja das klingt nice das sieht nice aus vorstandsbeleuchtung mein gott weg damit okay das ist nicht bedienbar können wir hier den wasser noch gleich den fahrdienstleiter ja genau können wir tatsächlich kontaktieren also wie gesagt ich bin begeistert von dieser funktion linke türen gesperrt ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube die fahrgastbeleuchtung kann man so anschalten wir das hier noch fünf sekunden lang auf ansetzen sicherungssysteme lasse ich weiterhin aus spitzensignale machen wir mal an alerte lassen wir aus blablabla führerstand außerhalb des führerstandes was auch mal das heißen soll ausfahrlicht batteriesteuerung spitzenbeleuchtung hinten aus passt so dann wollen wir nicht so viel zeit verlieren wir lösen die bremse und mit etwas glück haben wir alles richtig gemacht und können losfahren wow wow tatsache es funktioniert ja wir sind hier in providence losgefahren und machen uns auf dem weg in richtung boston ich würde gerne die stuhlhöhe verstellen kann ich das was sagst du dass wir 60 fahren dürfen aber erst wenn der gesamte zug praktisch an dieser stelle vorbei ist dann dürfen 60 fahren ich halte stelle route 128 und auf geht's ja wir fahren in diesen frühen morgen stunden es ist 6 uhr 7 uhr 1 ist es das machen nämlich deshalb weil wenn wir dann in boston ankommen dann ist dort russia heißt also da muss sehr sehr viel los sein vermutlich ja amerikanische signalen also es ist hier ist halt ziemlich viel rot aber gut das signal war vermutlich nicht für uns 70 dürfen wir fahren fps technisch haben wir 40 nicht schlecht ok signal ist immer noch grün ist das hier so eine art afb zu kraftsteller vermutlich nicht hier haben wir tatsächlich noch ein paar abgestellte wagen die stehen hier praktisch als kulisse hier sind auch ein paar loks abgestellt ein paar güterzug lokomotiven die kann man theoretisch auch man kann sich da praktisch auch einfach einsetzen und anfangen hier mit rumzufahren das funktioniert alles problemlos aber es gibt halt keine dezidierten fahrplan fahrten in diesem sinne mit diesem güterwagen hier links was vollkommen in ordnung ist das liegt daran dass die lokomotiven hier abgestellt sind in diesem sinne nicht die entsprechenden sicherungssysteme haben die eigentlich für diese strecke notwendig sind also hier gibt es ja dieses in cap signalling mit der geschwindigkeit und eigentlich müssten alle fahrzeuge die halt unterwegs sind ebenfalls diese technik haben und die loks aus handpats straight haben das natürlich nicht weil auf setpats straight buch auf setpats straight so was nicht nötig ist jetzt haben wir gleich 60 wieder voraus also runter ja 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 und gleich dürfen wir dann 125 meilen pro stunde fahren das müssten 200 kmh sein oder das ist auch glaube ich höchst geschwindigkeit dieses zuos denke ich mal haben wir irgendwo kilometrierung star film gibt es sowas ich sehe keine aber ich habe vorhin irgendwo so eine tafel mit irgendwelchen zahlen gesehen ich dachte das sind eventuell ja kilometrierung stafeln aber das ist wohl nicht der fall aber die oberleitung ist schön also hier diese zickzack oberleitung und wir dürfen jetzt gleich hoch mit der geschwindigkeit auf 125 meilen pro stunden da 19 1 aber war das wirklich eine kilometrierung ich weiß es nicht gehen wir mal voll stoff wir wollen ja nicht zu spät sein wir sind in south edelboro diese zugstation gibt es erst seit dem jahre 1990 seit dem 20 juli 1990 und ist einer der stationen wo auch tatsächlich unterschiedliche bahnsteigzügen verbaut sind so dass passagiere die zum beispiel auf einem rollstuhl unterwegs sind das war aber gerade ein heftiger ruckler passagiere die auf dem rollstuhl unterwegs sind auch problemlos dann in die züge einsteigen können so 110 voraus wir sind jetzt gar nicht auf die 125 hochgekommen also beschleunigungsmonster ist dieser diese log jedenfalls nicht unsere acs 64 so 150 dürfen 8,850 dürfen dann gleich sogar fahren wahnsinn was haben wir hier abgestellt sehr cool steht hier irgendwo unsere höchstgeschwindigkeit pull emergency exit hier oben also höchstgeschwindigkeit steht jetzt hier nicht dann würde ich sagen gehen wir mal auf die 150 die freigegeben sind ach so ne guck mal hier unsere lok sagt wir dürfen 125 fahren dann ist das tatsächlich unsere höchstgeschwindigkeit ja gut die 150 kmh dürften theoretisch vermutlich die acela hochgeschwindigkeitszüge fahren ja viele schulbusse unterwegs ähm äh 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 aber cool oder die strecke also ich finde sie schön so so signale sind weiterhin grün ich gucke da mal wieder ins hart rein weil wie gesagt mit der signalisierung hier kenne ich mich nicht aus in ungefähr drei meilen werden wir dann an mansfield vorbei fahren warum heißt die stadt so war da lagen halt ziemlich viele männer mal auf einem feld und dachten sich dann ja lass uns mal eine stadt gründen wie nennen wir das männer fällt das feld der männer das ist natürlich reiner quatsch was ich erzähle benannt ist die stadt in mansfield tatsächlich nach william murray dem ersten earth mansfield ja mit der information könnt ihr jetzt anfangen was ihr wollt william murray war ähm mitglied des house of lords war also ein lord mitglied des house of lords das kann man nur in großbritannien machen house of lords ja komisches gebilde dieses house of lords hallo zug der house of lords das sind im grunde genommen was soll das okay das spielen möchte nicht dass ich über house of lords rede dann lasse ich das dann lasse ich das lieber sein achja ein paar politische kommentare gibt es immer mal wieder schon hier auf dem kanal ist so über irgendwas muss man sich ja unterhalten wenn man 40 minuten lang hier durch die gegend fährt während wir hier durch mansfield fahren und hier haben wir so eins dieser diorama dass random menschen hier abgestellt werden und die zufällig ins spiel rein spornen das ist eine coole neuerung also man ist ein ordentliches geschwindigkeitsgefühl ich würde hier gerne mit der bauer 100 einzelnen fahren nur was mal gemacht zu haben vielleicht können wir das zusammen machen naja vermutlich nicht ich wollte das ich wollte es lauter machen ärgerlich beschleunigen mal ein bisschen zehn mal noch dann sind wir an route 128 ein äußerst vermutlich der kreativste stationsnamen auf dieser strecke noch kreativer als mansfield offensichtlich ich drücke manchmal wieder auf diese fahrtaste dabei muss ich das gar nicht machen reflex ach hier steht ja auch unsere geschwindigkeit noch mal in zahlen dargestellt nicht nur als tachonadel habe ich gar nicht gesehen bisher auch hier gar nicht aufs hat zu gucken wegen der geschwindigkeit aber wegen den signalen und wann die nächste station ist doch auf jeden fall werden wir schnell als 125 frage ich mich wenn ich weiterhin leistung aufschalte vermutlich dann lassen wir das mal besser sein wir wollen ja nicht engleisen das müsste dann entweder foxborough sein oder sharon ich bin mir nicht ganz sicher wir werden es nachgucken das ist sharon ja wir sind zu schnell ok sind wir gar nicht medium approach 45 aber das hat sagt wir sind noch gut ok 125 clear cap signal respect ok ja gut was ist diese zahl hier unten access meilen pro stunde durch minute aha also dass wir praktisch ne keine ahnung irgendwas schlaues heißt das bestimmt 9 8 7 da na nein mannschafts nachrichten zurück clear das hier ist egal unser zug fährt uns weg ich habe angst dass das war canton mit der berühmten canton junction so 2,5 meilen ich bremse mal vorher weil ich glaube dass unsere lok ist nicht gerade ein weltmeister bremsen und deshalb machen wir das mal so viel wie möglich elektrisch und und gucken mal wie wir das machen ja gut also ja gut also es wird kritisch nehmen wir mal automatische bremse mit dazu ich will nämlich nicht drüber schießen suppression suppression so 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 okay okay medium so was ist eine gute geschwindigkeit am bahnstecks anfang vermutlich nur so ein gefühl route 128 station ja geschehen wer hat denn jetzt hier die Glocke eingeschaltet turn off sehr still so gucken wir uns mal hier warum ja es ist kalt die leute haben mittlerweile jacken an sehr schön hier mal in unseren m track zügen mit drin hier ordentlich was los eine gute frau guter mann gehen sie weg hallo ich muss in den führerstand zurück okay ach ich hätte mich gar nicht so beeilen müssen ja gut 128 türen zu Bremsen lösen Und ab geht er, der Peter Ist aber gefährlich hier ohne Absperrung Finde ich kritisch Wobei ist es glaube ich ein Bahnsteig, oder? Vermutlich der alte Bahnsteig 5 Kars 6 Kars 8 Kars? Was? Also mit 8 Okay, das sind vermutlich einfach alte Schilder Ah, das ist die Das ist das Bordressort Und da möchte ich nochmal später rein In Boston Back Bay Gucken wir uns mal kurz das Bordressort noch an Boston Back Bay Ist dann auch schon die vorletzte Haltestelle Auch von Sova Fahrt Denn wir sind jetzt gleich schon tatsächlich im Großraum von Boston Praktisch im Speckgürtel von Boston Hier im Bundesland Massachusetts Wir haben ja praktisch schon ein Bundesland ist ja falsch Ein Staat Wir haben ja praktisch Ein Bundesland Ein Bundesstaat Verlassen Nämlich Rhode Island Wenn ich das richtig zum Kopf habe Und jetzt befinden wir uns in Massachusetts Und fahren nach Boston Der Hauptstadt von Massachusetts Na schön hier was los Während wir hier 120 jetzt fahren dürfen Signalaspekte scheinen mir klar zu sein Wahnsinn Diese Geschwindigkeiten Das war glaube ich Redville Wo wir gerade dran vorbeigefahren sind Und das ist Heide Park Nicht zu verwechseln mit dem Heide Park Der steht in Deutschland So in drei Minuten Dreieinhalb Minuten Müssten wir schon im Boston Back Bay sein Das könnte etwas knapp werden Mal schauen Oh wir sind zu schnell Gut wir dürfen jetzt eh gleich wieder 120 fahren Jetzt Das ist Okay Okay Okay, wir haben ein gelbes Signal voraus. Also ich bremse mal, weil ich keine Ahnung habe, was das heißt. Okay, das heißt wohl, dass wir ein grünes Signal voraus haben. Schön. 45, was? Okay, dann bremsen wir einfach mal runter. Also wir haben eh nur noch 3 Meilen. Oh, hallo. So 60 Meilen in 1,9 Kilometern. 60 Meilen pro Stunde in 1,9 Meilen. Wir werden dann 30 signalisiert. So 50 Meilen. So 51 Meilen. Ja, Austin Beck Bay 1899 eröffnet. Ich lasse jetzt mal das Hut an, weil mir das ein wenig zu kritisch ist. Wo fahren wir jetzt hier voran vorbei? Ich spring jetzt mal nicht aus dem Führerstand raus, weil das keine gute Idee ist. Ruggles ist das bestimmt. Ah, ich glaube schon. Ah, sehr schön, hier die Skyline von Boston. Hier geht es ordentlich runter. Injured at work? Nein, hoffentlich nicht. Vor allem nicht in den USA. Da würde ich sehr ungern für Frankenausrechnungen bezahlen. Das kann nämlich schon mal Existenzen zerstören. Und wir haben eine leichte Verspätung. Ah, es passt noch. Hat der Kollege vergessen, sein Licht auszumachen. Aha, bei den Scheinwerfer. Aha, okay. Stimmt, das habe ich aber schon mal gelesen, dass hier irgendwie so ein bisschen noch ein bisschen was problematisches mit der Beleuchtung der Spitzensignale. Spitzensignale, dass die erst irgendwie vergleichsweise relativ spät angehen. Oh, wie sollte man bremsen? Das wäre es nicht so gut. So weit, ich habe es nicht so gut. Und dann machen wir einmal wieder. Also ein bisschen so gut. Und dann gehen wir zurück und gehen, dann gehen wir zurück. Und dann gehen wir endlich mal nach der Beleuchtung. also hier unten im display steht ja das klaus also hier natürlich geschlossen ändert sich das wenn ich jetzt praktische türen aufmachen falscher knopf glaube ich zumindest so ich wollte in die gehen sie weg hallo hallo ich wollte einmal durch den zug wandern und in sport das ist hier dann die zweite klasse echt viele türen für so einen zug toiletten sind nicht ausmodelliert na ja emergency access hat so ein bisschen was für ein flugzeug finde ich es gefällt mir hier drin hier kann man gut was schnabulieren endlich mal ein offenes bordcafé bei den ganzen deutschen zügen bei den IC es ist ja praktisch immer hier diese sind die rollos mal unten hier haben wir tatsächlich mal ein offenes bordcafé beim tgw ist das ja auch so unter dass da glaube ich das café geschlossen ist sehr cool leider haben haben sie nichts zu essen bekommen ja schade okay so zurück zur lock wenn der typ doch verschwinden würde war das das perfekte motiv fand naja man kann ja nicht alles haben sand kann man den stuhl hier unterklappen okay okay schön zu dann müssen lösen und abfahrt über ein ort fahren östliches ende kaff über leitungs über leitstelle ok machen wir doch gerne bevor wir in park square ankommen in boston ne quatsch gar nicht park square ist ne und weil doch heißt nicht die die haupt der hauptbahnhof im grunde genommen park square und fahren auf ein rotes signal zu dass du es nicht gut ja das ist aber auch signalisiert hier in unserem führer stand mehr hier wo es drückt dann rollen wir mal langsam praktisch auf das signal zu es geht sowieso ein bisschen bergauf von daher werden wie langsamer city downtown services ist downtown city 148 148 meilen so ein langer weg bis zur innenstadt was eine große innenstadt jetzt sieht man auch dass hier so ultra viel los ist deshalb fahren wir gerade auf ein rotes signal zu weil wir erstmal warten müssen dass die bis der fahrdienstleiter gnädig genug ist oder die fahrdienstleiterin gnädig genug ist uns vorzulassen hallo kollege ich liebe es also das horn ist der wahnsinn aber diese dämliche glocke leutwerk leute werk wo ist denn das signal boston south station gleich sechs um sieben uhr vierzig unser signal ist auf restriptet im moment heißt das nicht dass das signal rot ist sieht aber nicht so rot aus was 20 hat sagt 15 nicht stehen bleiben die anzeige für signale ist weg aber es liegt vermutlich daran dass hier vorne gar kein signal mehr ist haha schlau hier ist der bahnhof das ganz gut gefüllt nicht schlecht hinter uns stehen leider keine züge die sound sind schon echt gut also dtg bekommt ja immer schelten dafür dass die schlechten sound machen ja was die sachen aus tsw 2020 angeht ist das argument durchaus berechtigt aber die ganzen fahrzeuge die jetzt hier extra mtsw2 erschienen sind also praktisch seitdem es den tsw2 gibt erschienen sind da kann man eigentlich nicht meckern über den sound der fahrzeuge finde ich zumindest wir haben jetzt gerade 1 2 3 4 mit uns sind für 50 in diesem bahnhof wahnsinn jetzt habe ich schon wieder die afb gedrückt quatsch die sifa taste es gibt ja keine sicher hier ist das den kopf bahnhof jane ja dann sollten wir mal nicht so schnell und nicht so mutig reinfahren in dieser station ja ich bedanke mich bei euch fürs zusehen hier in unserem szenario aus den vereinigten staaten ich hoffe dass ihr beim nächsten mal auch wieder mit dabei seid macht es gut tschüss und auf wiedersehen von mir auf 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 und auf 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 und Vielen Dank.